Ich habe heute eine Faschungsparty geplant. Dazu benötige ich ganz viele Luftballons. Boah, geht das schwer. Wie schaffe ich das, alle Luftballons aufzublasen, wenn ich das nicht kann? Hm. Ich habe eine Idee. Ich werde es mit einem Experiment versuchen. Fülle den Luftballon mit dem Backpulver. Verwende dazu den Trichter als Hilfe. Fülle die Flasche mit Essig. Etwa ein bis zwei Zentimeter hoch. Übe jetzt den Luftballon auf die Flasche und lasse das Backpulver einrieseln. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020